Habt ihr euch schon immer gefragt, wie Lift und Glastüren sich von alleine öffnen oder wie industrielle Anlagen ihre Produkte automatisch produzieren? Dann sind sie bei uns, bei den Automatikern, genau richtig, denn wir sind dafür zuständig. Wir automatisieren Anlagen und führen auch Spannungs- und Strommessungen durch. Automatiker müssen nicht nur im elektrischen und programmieren gut sein, sondern sie müssen auch mechanische Kenntnisse haben. Zum Beispiel hier wird eine Frontplatte gebohrt. Die Lehre als Automatiker geht vier Jahre lang. Man braucht dazu gutes technisches Verständnis, Interesse an neuen Technologien und Freude an genauer und sorgfältiger Arbeitsweise. Wenn Sie sich für den Beruf interessieren, dann können Sie doch auch mal eine Schnupperlehre bei einem Betrieb machen.